Hey Amigos, wir spielen jetzt eine Runde Squash. Mein Opfer heute, ich nenne es so ganz folglich, mein Opfer. Mein Opfer heute ist Ben von online. Da sagt er, er kann gut Squash spielen. Lass uns mal sehen. Lass uns mal sehen. Ben hat sehr gut gespielt. Es hat Spaß gemacht. Wir haben richtig geschwitzt. Und für alle Leute, die keine Ahnung haben, was Squash ist, Squash ist eine Sportart, in der man sehr gut schwitzen kann. Es ist auf jeden Fall Cardio und ist sehr gut für das. Ich bin Knackarsch. Okay, ich habe gehört, dass einer oder der andere von meinen Kollegen da so zwischen den Szenen erzählt, dass sie Sport machen. Felix spielt, glaube ich, ein bisschen Fußball. Lars postet, dass er Tennis spielt. Ladet mich mal ein. Also, meine Compadres, wenn ihr auch so richtig Bock habt auf Sport, so wie ich, abonniert unseren Channel und meldet euch für die nächste Sportrunde. Habt ihr gesehen? Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach hier klicken, weil da gibt es noch weitere Videos. Oder ihr schaut euch einfach ganze Folgen an, die gibt es hier. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich abonniere einfach. Ja, los! Abonnieren! Komm!